Warnung! Dieses Let's Play beinhaltet einige Szenen, in denen brutale Gewalt und sehr viel Blut fließt. Bitte schaut nur weiter, wenn ihr diese Szenen auch tatsächlich verarbeiten könnt. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, dann schauen wir mal. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Ich hab ja ehrlich gesagt immer noch ein bisschen daran zu knabbern, wegen meiner Entscheidung. Bevor ich mich zum Wehrwolf hab beißen lassen. Ich meine, in der Situation, denke ich mal, war es nicht schlecht. Aber was wäre gewesen, wenn ich das Messer nicht rausgezogen hätte? Hätte der Typ mich dann wirklich umgebracht? Ich meine, er hat ja schon gesagt, Familie geht über alles. Also wahrscheinlich hätte er mich umgebracht. Und ich hab ja davor schon gesagt, bevor ich mich irgendwo umbringen lasse, von irgendeinem Wehrwolf oder sonst was, dann ziehe ich das Messer... Ach, hab ich mich jetzt auch schon... Dann ziehe ich das Messer und jag dem das rein. Das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt. Ob das jetzt natürlich so die weise Entscheidung war? Können wir uns hier noch umsehen? Moment, da hinten können wir noch hoch. Ich will da ehrlich gesagt jetzt noch nicht durchgehen. Ich weiß ja nicht, ob hier noch irgendwas ist. Ja, ob so eine weise Entscheidung gewesen ist, weiß ich halt nicht. Könntest du mal aufhören, mir hier mitten in den Weg zu laufen? Ah, Moment, da ist was. Wir sehen einen grünen Knopf. Drücken wir einfach mal drauf. Mal gucken, was passiert. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Nein, ich will mich doch noch umsehen, Leute. Ich will doch eine Tarotkarte finden. Ihr könnt mich mal. Ich geh jetzt woanders hin. So. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier im Dunkeln rumzulaufen. Kann ich hier hinten? Ja, da kann ich hier einen Stand rum. Allerdings kann ich da nichts machen. Komme ich denn, also ich komme da hoch, aber ist da noch irgendwas Interessantes? Ich will eine Tarotkarte. Ich will eine Tarotkarte. Normalerweise wäre es hier wieder so weit. Ja, was heißt, sie haben alles geplant? Also, die Einzusperrung, okay. Schrottplatznotiz. Schrottplatznotiz. Ah, verstehe. Okay. Wer ist Tee? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Jo, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Verteilerkasten finden. Äh, Kappe, nicht Kasten. Verteilerkasten für das Auto, genau. Was mich wieder daran erinnert, dass ich die ganze Zeit schon dieses Autoreparaturspiel spielen wollte. Ich habe seit Ewigkeiten auf der Festplatte aber irgendwie immer wieder vergessen, was sehr schade ist, weil mich das sehr interessiert. Ich habe zwar null Ahnung, letztendlich, äh, was ich da mache in dem Moment. Gehe ich jetzt da rum oder gehe ich jetzt da rum? Oh, immer diese Entscheidungen, Leute. Hier ist ein bisschen übersichtlicher gerade. Aber ich habe ja jahrelang im Autohaus gearbeitet und zumindest Grundkenntnisse. Leider habe ich nur im Büro gearbeitet, obwohl ich ehrlich gesagt es interessanter gefunden hätte, direkt im Auto zu schrauben. Aber, naja, da lässt man halt keinen ran, der keine Erfahrung mitbringt. Äh, das ist aber irgendwie... Moment, das ist ein Bus. Da kommt man doch reingehen. Nicht, dass da irgendwas drin ist, was man holen kann. Äh. Okay. Ja. Ja. Oder man kann da durchgehen. Auch nicht schlecht. Ich befürchte aber, dass wir eher einen Wehrwolf oder so finden, bevor wir da irgendeine Kappe finden. Ach, da sind noch mehr Autos. Ach du Scheiße. Hallo. Ich weiß nicht, wo ich hin muss und das ist hier so riesig und unübersichtlich und viel zu dunkel. Ha! Ha! Ich habe... Ha! Ich habe eine Tarotkarte. Wie geil. Das Gericht. Äh... Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler als gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen einen schnell getroffenen Anschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Also sowas wie, dass man sich zum Wehrwolf beißen lässt? Nur so eine Frage. Ich dachte gerade, ich hätte eine Bewegung gesehen, aber... Aber ich glaube, ich muss auch hier oben rumlaufen, oder? Vielleicht gab es auch unten weh. Keine Ahnung. Oh Leute! Das ist so groß und unübersichtlich. Ich habe bestimmt irgendwas... Sag mal, kannst du mal ein bisschen näher bei mir dranbleiben? Du hast hier das Schrot, ja? Das Schrotgewehr. Ist mir hier vielleicht noch durch? Nee, oder? Können wir auch gerne. Hier ist ein einzelnes Auto. Das scheint nur darauf zu warten, dass ich das öffne. Es scheint aber auch nur so. Ich darf es nicht öffnen. Na toll. Und hier kommen wir jetzt nicht weiter, ne? War ja klar. Eieieieie, okay. Es tut mir leid, aber ich habe hier überhaupt gar keinen Überblick. Vor allen Dingen ist das so dunkel. Man kann auch gar nicht richtig sehen, wo man hin muss. Das ist ein bisschen nervig. Von da oben sind wir gekommen. Oh Gott, hier gibt es so viele Wege. Ah! Da hat was geblinkt! Sehr toll. Ach man! Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen. Der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Sieht doch cool aus. Ach! Ist das nicht die Alte? Die immer am Kapitelende mit uns spricht? Sie liegt zwar so komisch auf der Seite, aber... Was ist das? Harem Skarem. Siehst du das, Catelyn? Ja, jetzt habe ich gerade... Was war das? Hallo? Was war das gerade? Oh nein, jetzt ist bei mir der Ton auch noch weg. Das ist nicht gut. Hallo, Ton! Ich würde gerne hören, bevor mich was angreift. Okay. Das war mal wieder eine dieser typischen, es hakt jetzt alles Situationen. Da kann man auch noch hoch... Da kann man jetzt von der anderen Seite theoretisch ran. Oh, da ist so nichts mehr, ne? Das ist ja das Problem. Man sieht es halt nicht wirklich. Ja, ich denke mal nicht. Hallo, lauf mich nicht um! Sie geht nach da hinten. Gut, dann gucken wir doch da mal. Ich brauche Licht. Leute! Aber da kommen wir doch jetzt wieder zurück. Ich drehe mich im Kreis. Also die Folge könnte vielleicht ein bisschen länger werden, weil wir absolut nicht wissen, wo wir hin sollen. Ich glaube, da sind wir aber rausgekommen, oder? Sie geht jetzt da unten hin, als würde sie mich gezielt da hinführen wollen. Ich gucke noch mal eben kurz, ob hier oben irgendwas ist. Okay, das ist eine entscheidende Sackgasse. Geh mal vor, Mädel! Geh mal vor! Zeig mir mal, wo ich hin muss. Ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch. Ich laufe ihr jetzt nur noch hinterher. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, geh durch. Komm. Zeig mir, wohin. Du weißt das doch bestimmt. Du bist doch ein NPC. Ich bin doch nur die liebe kleine Gameplayerin, die von nichts eine Ahnung hat. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Will die mich veräppeln? Hallo! Wo hast du mich denn jetzt hingeführt? Oh Gott! Mädel! Oh! Und was habe ich hier knurren gehört gerade? Okay, Moment. Wir sind jetzt von da gekommen, oder? Weil wir konnten hinten noch die Treppen hochgehen. Das weiß ich. Wobei da wahrscheinlich auch wieder nichts ist. Mal schauen. Geht einem das auf die Nerven jedes Mal mit diesem... Sollen sie doch das ganze Ding beleuchten? Das ist doch viel einfacher. Außerdem sieht man dann erstmal wieder was. Niemand. Sie hat mich... Hat sie mich jetzt hier komplett durchgeführt? Oder laufe ich jetzt doch wieder falsch? Ich habe doch keine Ahnung. Da geht es noch hoch. Aber ich meine sogar von da sind wir doch gekommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Da! Da! Also... Hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich... ...gut bei... ...diesem... ...Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein. Oh. Jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher. Ja, äh... Klar doch, ähm... Pass, ähm... ...einfach auf mich auf, ja? Ja. Na gut. Sieht aus, als hätte hier... ...jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Ja. Mal sehen, wie das funktioniert. Okay. Ja, nicht so kompliziert. Ja, Hauptsache, der Schlüssel steckt. Willkommen zurück. Greifer. Shit. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler! Shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Großartig. Ja, äh... Ich hab meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Haha. Vielleicht... ...können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Ah, Treffer! Oh, nein. Shit. Scheiße. Ähm... Da ist... Da kommt etwas! Was? Lauf! Oh, fuck! Hupen, genau! Hupen, genau! Dein Ernst, dass sie sich nicht festhält? Dein Ernst, dass sie sich nicht festhält? Dallon, Hilfe! Dallon, Hilfe! Dallon, komm schon! Hilfe, bitte! Dallon! Jetzt sag mir bitte nicht, ob ich das loslassen soll, oder... Komm schon, du rostiges Biest! Und wo war deine verdammte Waffe, Mädel? Und wo war deine verdammte Waffe, Mädel? Puh. Okay. Dallon, danke! Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst, jetzt? Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also... Unser toller Fluchtplan. Okay. Zurück zur Lodge. Bist du irre? Tch. Besser, als hier offen rumzustehen. Los! Äh, wie wär's mit Ersatzteilen? Wie unlogisch sind die? Wie unlogisch sind die? Meld' dich als Betreuer im Sommercamp, Abby. Da lernst du besser mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Ich hab' es so satt, wenn man mir sagt... Was mach' ich jetzt? Hallo? Ist da jemand? Oh Gott! Okay. Wir wollen jetzt nicht die Treppen hoch, also gucken wir erstmal hier unten. Oh fuck! Wobei, vielleicht guckt sie ja auch nur, vielleicht will sie ja gar nicht raus. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Nachher ist sie so doof und will versuchen da raus zu gehen. Ha! Ha! Der Hierophant! Mein Baby, siehst du, was sie uns antaten. Dieses Grauen, es ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn. Gewattnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen. Als sie meine Show vor sechs Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Oh, du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab' dir doch die ganze Zeit geholfen. Ha! Das find' ich jetzt nicht nett. Ähm... Er ist da draußen ganz allein. Also wahrscheinlich ist damit der weiße Wolf gemeint. Unter Vollmond jagen sie ihn. Das ist soweit alles klar. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen haben, als sie meine Show abgefackelt haben. Also hat das alles mit dieser Show zu tun? Okay, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber lassen wir mal so stehen. So dumme Kinder. Mein kleiner weißer Wolf. Und das ist ja der, der eigentlich sterben sollte. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesen Weg folgen. Ja, aber was heißt das? Dass ich den weißen Wolf nicht töten darf? Ich bin ehrlich gesagt bis jetzt immer davon ausgegangen, dass ich den weißen Wolf kille, falls das irgendwie möglich ist. Und ja, dass dann alles gut wird mehr oder weniger. Boah, hier sehe ich überhaupt nichts. Ist das ätzend. Siehst du noch nicht mal, ob du gegen die Wand läst? Hm. Es wirft jetzt tatsächlich neue Fragen auf. Deshalb ist das Licht aus. Der Jäger muss hier gewesen sein, bevor er uns angegriffen hat. Ja, ich denke mal, dass da jetzt nicht wirklich was ist, ne? Andere Seite war ich ja schon. Hier sehe ich überhaupt nichts. Ne. Also ich würde auch schon gerne da laufen, wo ich zumindest einigermaßen was sehe. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt sehen. Okay. Ich würde aber trotzdem mehr oder weniger gerne das noch anklicken hier vorne. oder? Aber es... Doch, ich kann es... Doch, ich kann es... Doch, weil das hält. Das war es jetzt? Aber ich habe doch nichts mehr, was ich machen kann. Okay. Kann ich da noch rein? Oder war ich da... Ach so, da war ich eben noch gar nicht. Ah. Ich habe mich vertan. Ach. Falltür. Ah. Ich weiß, wo wir hinkommen. Ich habe mich lange nicht passiert. Ja, ich habe noch meinen Kanal wie dir ein gehen. Ich habe dich mit dir etwa wie ein Geld. Und ich bin mir gleich seitens. Ich nehme dich für mich. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Das ist riesig. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du riechst du das? Nein. Noch nicht. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Also nach der letzten Folge muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob er den Weißen Wolf jetzt töten sollen oder nicht. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Ach so, das war... Ach. Ich dachte, das wäre jetzt eine Aktion, dass ich nochmal auf A drücken sollte. Okay. Ich hab aber immer noch das Problem, dass ich auf meinem Bildschirm fast gar nichts sehe, weil alles schwarz ist. Das ist doch sehr, sehr nervig. Vorsichtig. Ja. Ich mein, wenn das jetzt so ein richtiges Horror-Game wäre, aber das ist ja mehr so ein Action-Spiel. Oh, da sitzt einer. Was war das? Ich denke... Ich denke... Oh Gott, nicht jetzt, nicht jetzt, komm schon! Ah, toll. Nein, nein! Hey! Hey! Eh? Äh. Danke, dass Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und, was nun sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, es ist vorbei? Das ist es nicht. Ich versteh's nicht, Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb, Kaylee, das tote Mädchen, ihr Bruder. Was? Caleb bis Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer bis Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste, ein wildes Albino-Kind, großer weißer Wolf. Weißer Wolf. Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? An den Hütten, früher am Abend. Okay. 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 Okay ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vor's Auto vor zwei Monaten. Äh... Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Salas. Und allen geht's besser. Jedenfalls... denen, die noch leben. Okay, okay. Und... Wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was sie getan haben. Ich verstehe. Hm. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, sie ist gerade explodiert. Das ganze Fell und alles... Naja, sie hat ja kein Fell. Ist ab. Und sie steht aber nicht nackt da, sondern in Unterwäsche. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Warum? Äh. Macht nichts. Ist ja noch... Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord. Oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein. Der, der nicht vergibt. Der nicht vergisst. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein! 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 Mein Baby! Siehst du, was sie uns an... Nein! Nein! Was haben sie getan? Was haben sie getan? Oh Gott, nein! Silas! Mein Junge! Oh Gott, nein! 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 Ah! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Silas! 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 Vielen Dank.